Null! Was? Wegen 1, 3, 2, 1. Ah, Risiko. Spielen sie auf eigenes Risiko. Richtig. Befreien sie Nordkanala. Ja, ist mit diesen komischen versteckten Siegesbedingungen auch immer ein bisschen seltsam. Versteckt? Nein, du ziehst doch immer am Anfang, also wenn du es nicht auf Weltherrschaft spielst, Fünnüsse, wo wir dir die Risikoregeln erklären, du spielst doch, wenn du nicht auf Weltherrschaft spielst, dann ziehst du doch am Anfang eine Karte mit einer versteckten Agenda. Befreien sie Nordamerika von gegnerischen Truppen. Ich dachte, die Weltherrschaft wäre immer so ein Gag, also dass man das spielt, aber das war auch eine Option? Nein, das ist ein Gag. Also ich meine, wenn du halt sagst, ich habe keinen Bock mehr, die Regeln durchzulesen, oder mir ist das zu blöd mit dieser versteckten Agenda, dann spielst du halt auf Weltherrschaft wie ein Depp. Das war meine Hose. Herzlich Willkommen für Fünnüsse. Haben wir schon gesagt, wer wir sind? Ja. Meine Güte, ich würde sagen, das ist 15 Sekunden her. Ja, pardon, ich habe gerade, als ich deine Nachricht erreichte, dass es 18 Uhr bei dir passt, das ist jetzt 18 Uhr, sechs, hatte ich gerade noch Ringfit gespielt, und ich war überrascht davon, wie lange ich da wieder dran saß, beziehungsweise stand. Ich wollte gerade sagen, jetzt sitzt du doch nicht. Nee. Ich habe ja dein erotisches Video gesehen. Heidewitzke, ey. Du schaltest ja auch immer mehr Übungen frei. Es ist echt ein sehr unterhaltsames und wirklich anstrengendes Spiel. Aber es ist immer so ein Fitnessding. Du kannst jetzt nicht sagen, ich will nur, keine Ahnung, so zwei Stunden Brusttraining machen oder so. Das kannst du auch machen. Aber dann wird es langweilig, weil du halt deine gleiche Übungen machst natürlich. Genau, also du kannst halt auf allen Übungen. Ich meine, man könnte ja verschiedene Bilder zu der gleichen Übungen machen, dass man halt, keine Ahnung, mit Zusammenpressen den Saft eines Baumes ausdrückt. Es gibt so Minispiele. Wie heißt das Spiel nochmal, falls irgendwer sich fragt? Ring Fit Adventure für die Nintendo Switch. Es gibt so Minispiele und da kannst du dann auswählen, okay, ich will heute Brusttraining machen und dann presst du halt einfach nur den Ring vor der Brust zusammen und über dem Kopf. Und was für Übungen es noch so gibt, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Aber du machst das ja schon regelmäßig, ne? Ja, so fünften oder sechsten Tag, glaube ich, bin ich im Kalender dabei. Du kannst auch echt nur so 30 bis 40 Minuten maximal spielen. Also dann ist Feierabend. Aber das klingt nach einem geilen, intensiven Workout zu Hause, das halt auch nicht langweilig wird, weil du hier parallel eine Geschichte wahrscheinlich durchlebst. Genau, die Geschichte ist halt super dumm und super albern. Aber mehr muss es halt auch gar nicht sein. Du hast gesagt, es ist ein Bodybuilder-Drache. Genau, Drago, der Bodybuilder-Drache. Du befreist ihn aus dem magischen Ring, der ihn gefangen genommen hat. Und dann musst du mit dem Ring ihn wieder gefangen nehmen. Du reist dabei durch verschiedene Länder. Klingt ein bisschen nach Wiese. Ja, als ob du im Vorort von Bremen anfängst. Hat auch so ein bisschen was von Tim Wiese, dieser Bodybuilder-Drache mit dem Ziel, die ultimative Fitness zu erreichen. Das kenne ich aber aus vielen Start-up-Sport-Dingern, die dann irgendwie denken, jetzt hier ... Die anderen Gegner sind auch so Fitnessgeräten nachempfunden. Also es gibt die Kennelbell. Es ist halt einfach so eine Kettlebell, nur dass der Griff die Ohren dieses Monsters sind. Der Stepper ist so eine Art Frosch mit Beinen, die eine Sohle haben wie ein Turnschuh. Mein Favorit ist, wie heißt der, der Marta-Rochen? Ein Matta-Rochen. Das ist eine Matte, so eine ausgerollte Yoga-Matte, der seine Kameraden oder ich selbst heilen kann in den zwischen den Runden. Weil du zwischendurch Yoga machst und das tut das. Der rollt sich dann unter seine Freunde und dadurch heilt er sie. Du hast ein bisschen Faszien-Rollen-ähnlich oder was? Naja, nee, also wie eine Yoga-Matte schon. Aber es gibt wahrscheinlich auch Faszien-Rollen-Gegner-Spieler. Es gibt auch normale Hantel-Krabben. Es ist wirklich sehr liebevoll. Du musst mir das mal zeigen. Ich kann es leider gerade nicht machen. Designtes Spiel, ja, das kann man machen. Aber da ich gerade eine Session hinter mir habe, müssen wir mal anders heilen. Und es ist wirklich einfach extrem anstrengend. Du kannst halt den Schwierigkeitsgrad relativ frei wählen. Aber ich meine, wenn jetzt das Kinder irgendwie spielt, dann musst du voll... Du kannst es ganz frei einstellen. Also du hast beim Schwierigkeitsgrad wirklich verschiedene Optionen. Das ist jetzt nicht nur leicht mittelschwer, sondern du hast vieler als das. Du wirst am Anfang gefragt, okay, wie alt bist du? Wie schwer bist du? Das geht dir gar nichts an. Wie oft trainierst du die Woche? Jeden Tag. Immer nur Lügen. Und du wirst auch vor jeder Session gefragt, wie war deine letzte Session für dich? Willst du es leichter, willst du es schwerer haben? Und sagst du immer gleich? Ich sage immer gleich, aber ich bin auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Glaube ich zumindest. Also vielleicht kannst du es noch höher drehen, aber gerade ist... Also wie gesagt, so noch 30 Minuten ist eigentlich Feierabend. Und zwar wirklich Feierabend. Aber hast du dann auch irgendwie ein Level durch bei 30 Minuten? Ja, mehrere. Oder brichst du dann ab und sagst... Nee, du machst halt so 4, 5 Level dann in der Zeit. In der Regel. Je nachdem. Manche dauern ein bisschen länger. Also immer wenn du dich mit dem Bodybuilder-Drachen balgst, das dauert ein bisschen länger. Also das dauert schon mal 15 Minuten, der Kampf gegen ihn. Und du, am Anfang wird auch eingestellt... Also du joggst dann einmal zum Test. Das fragt dich halt, bitte dich einmal, jogg doch mal auf der Stelle. Und dann jogg mal schneller. Aber ich meine, machst du einen Mörderkrach hier oder nicht? Du kannst es auch ausschalten. Dann kommst du mit Squats vorwärts im Level. Aber das geht. Wenn du sachte landest, dann hält sich das in Grenzen. Ja. Vielleicht hast du ja so eine gedämpfte Yogamatte oder diese... Ja, das ist halt das Ideal. Also ich meine, für einige Übungen ist es sowieso nicht schlecht, eine Matte zu haben. Es gibt halt so einen Plank, wo du dann immer aus dem Plank die Hüfte hochpressen musst. Aber siehst du ja gar nicht mal oben. Und dann wieder runterkommen. Die Joy-Cons vibrieren und geben dir dadurch einen Indikator, wann du unten bist und wann nicht. Also du hast halt einen, das kann ich mal sagen, einen am Bein und der andere ist in so einem Pilates-Ring. Und einen... Ne? Ne? Und der Pilates-Ring stellt fest, wie doll du drückst. Das wird auch am Anfang getestet, wie stark du drücken und ziehen kannst. Das Ding kommt aus Pilates-Ring. Pilates ist ja so dieses Beine-Bauch-Po-Fitness-Dance. Also es ist halt ein Gerät ähnlich wie ein Däuser-Band, was halt so progressiven Widerstand nimmt. Und aufgrund des Joy-Cons misst es halt, wie doll du es zudrücken kannst. Wie gesagt, das wird am Anfang auch gemessen. Wenn du nicht so doll zudrücken kannst, dann gilt deine Eingabe halt schon früher. Wenn du doller zudrücken kannst, dann zählt es halt erst später als voll zugedrückt. Okay. Also wenn sie merken, du kannst vor der Brust, das ist glaube ich der einfachste Griff zum Zudrücken, ne? Ja, aber... Was du sagst von wegen, oh, ich schaff's. Also 100 Prozent ist auch nicht ganz zusammen, sondern es fängt schon davor an. Okay. Also, was auch wirklich notwendig ist, weil über dem Kopf und so... Ja, ich hab das ja einmal... Ja, das ist schon... Und wenn du es dann halt wirklich länger halten sollst, in mehreren... Ja, ja, genau. Das zittert hat immer so ein bisschen... Echt interessant. Und zwischendrin, zwischen den Übungen, wenn die Gegner dich angreifen, also genau, das kann ich immer sagen, du rennst immer durch die Level und wenn du auf einen Gegner triffst... Beim Rennen rennst du vermutlich. Genau. Was auch lustig ist, wenn du in Wasser bist, musst du die Knie heben, damit du schneller durchs Wasser kommst. Ach. Dann triffst du auf einen Gegner und diesen Gegner bekämpfst du mit Fitnessübungen, was halt so rundenbasiert passiert. Das heißt, du suchst dir eine Fitnessübung aus, kämpfst dann mit, weiß ich nicht, so 30 bis 50 Wiederholungen, je nach Übung, gegen diesen Gegner. Ist das so ein Dance-Off, dass er das auch machen muss und kann das nicht, weil er nicht so fit ist wie du? Nein, nein, Also er wird nur angegriffen und dann nachdem du fertig bist mit deinen Wiederholungen, greift er dich an. Ja, aber wie greift sie ihn an? Zum Beispiel mit Squats. Ja, ich meine, aber was passiert denn bei ihm? Wird dann einfach nur so plump Energie abgezogen, weil du ein Squat machst? Nein, nein, hinter ihm, also hinter ihm materialisiert oder unter oder über ihm materialisiert sich was und das schlägt dann zu, wenn du die Wiederholung erfolgreich durchlaufen hast. Also es ist zum Beispiel eine Hand, die am Anfang deiner Übung offen ist, dann schließt sie sich zur Faust und der Unterarm wird muskulöser und dann schlägt sie zu. Okay. Oder ein Bierbauch, der zum Sixpack wird. Also das ist der visuelle Cue. Und wenn du angegriffen wirst, musst du dir den Ring in den Bauch drücken und den Bauch anspannen. Abguard heißt das dann immer. Und verschiedene Gegner sind anfällig für verschiedene Übungen. Okay. Also grüne Gegner nehmen bei Yoga-Übungen mehr Schaden, gelbe Gegner bei Core-Übungen und so weiter. Das heißt, du musst auch Flexibilität da am Start haben. Ja. Und dann gibt es halt Übungen, mit denen triffst du mehrere Gegner gleichzeitig. Dafür machen sie weniger Schaden. Es gibt Übungen, die suchen sich einen Gegner raus, aber dafür triffst du halt nur diesen einen. Ja, also es ist wirklich ein einfach super unterhaltsames Spiel und um dich wieder zu heilen, trinkst du keine Heiltränke, sondern Smoothies. Okay. Und dafür sammelst du die Zutaten, die musst du dann auch ausquetschen zu einem Smoothie. Okay. Wirklich höchst amüsant. Ja, lustig. Krass. Also und auch alle Reviews, die ich bisher gesehen habe, da waren die auch alle einfach komplett überrascht, dass das wirklich ein anstrengendes Workout ist. Ich wollte gerade sagen, so offizielle Testergebnisse sind wahrscheinlich wirklich, dass das halt wahrscheinlich gerade, ich kenne keine, also ich kenne mich da ja gar nicht aus, aber in aktuellen Konsolen-Vergleichstests gibt es da halt irgendwie gerade irgendwas anderes. Hat eine PS4 irgendwie so ein Fitnessding? Ich glaube nicht. Ich glaube für die Xbox gab es das mal, als Kinect noch größer war, also als sie diese 3D-Kamera noch mehr gepusht haben, dass das dir dabei helfen kann. Aber auch da hast du ja nur dein Körpergewicht. Ja. Und hier hast du ja wirklich, also Widerstand und zwar ordentlich. Ja. Und dazu halt noch diese alberne, blödsinnige Handlung. Gerade bin ich im Königreich von Sporta. Nee, ich meine, aber das brauchst du ja halt auch, damit du halt, wenn du zu Hause, also das ist ja das, glaube ich, was dann so ein bisschen für die Leute, die, glaube ich, zu Hause so ein Bodyweight-Workout oder Yoga oder irgendwas sonst machen oder andeuten und merken relativ, und da hast du halt eine Unterhaltung. Du brauchst ja halt, ist ja gleich schwer, aber du hast halt die Unterhaltung, das ist ja die Motivation. Und du bist halt die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Übungen dabei. Also entweder joggst du halt durch die Level oder es sind so Sprungpads da, da musst du Squats machen und unten bleiben, bis das Sprungpad geladen ist und dann wieder aufstehen und so weiter. Es gibt so einen Ring, wo du dich so lang hangelst, so ein bisschen wie MacGyver an einem Bügel und einem Seil. Dazu hebst du die Arme und ziehst den Ring auseinander. Krass. Oder so ein Gefährt, das habe ich jetzt neu entdeckt, du stehst da drauf und dann musst du dich immer aus dem Oberkörper zur Seite lehnen, um das zu steuern. Krass. Und ja, also das ganze Ding ist halt mega unterhaltsam. Aber da ist kein Fitnessarmband dabei, ne? Nein, aber dein Puls wird gemessen zwischen den Levels. Wie das? An dem Joy-Con, du siehst es gerade an dem Ring-Con, dieses schwarze Ding da oben. Ja. Die schwarze Aussparung. Ah ne, jetzt ist die falsche Seite, glaube ich. Aber du kannst dir ehrlich denken, ist eine Infrarot-Kamera. Wenn du deinen Daumen drauflegst, kann er deinen Puls messen. Okay, krass. Also die, so eine normale Smartwatch funktioniert ja auch über Infrarot-Messung. Ja. Das heißt, du gibst vorher aber auch so viele Daten ein, dass die danach sagen können, jetzt hast du so viel. Also die Pulsmessung ist relativ unpräzise, weil du nur, weil die wird anhand deines Alters gemessen. Okay. Also Alter und daraus kannst du ja diesen Maximalpuls errechnen, was halt, ja, also so genau ist es. Also die sagen nicht zum Schluss, jetzt hast du so und so viele Kalorien verbrannt und. Doch. Also Kalorienangaben, so viele Kalorien verbrannt, so viele Kilometer bist du gelaufen, so viele Wiederholungen hast du von Übungen XYZ gemacht. Ja. Ist denn auf das, auf der Stelle hüpfen vergleichbar mit Laufen? Auf Kilometer ist ja auch so ein schwieriges Team. Naja, nee, nein, also ich meine, du kannst es halt nicht mit, du kannst da nicht für einen Marathon mit trainieren. Ja, ich meine, also ja, auf der Stelle laufen ist halt nicht. Aber du kannst vielleicht eine Xletics machen damit. Ja. Ja, also das, also ich meine, wie gesagt, Laufen ist halt noch ein bisschen anders, aber du bleibst halt so im Bewegen und dein Puls bleibt oben, worum es ja hauptsächlich geht. Ja. Und was halt auch ganz gut ist, weil du musst halt immer drin, immer zwischendrin mal wieder ein Tempol aufmachen, weil du zum Beispiel auf einem Laufband stehst, das rückwärts läuft und dich sonst runterschiebt oder weil du von Gegnern verfolgt wirst, dir deine Goldmünzen klauen, die du brauchst, um neue Fitnessklamotten zu kaufen. Neue Fitnessklamotten verbessern deine Angriffs- und Verteidigungswerte. Selbstverständlich. Also es ist ein herrlicher, und das hat dann wirklich, du läufst nicht in Rüstung rum, sondern in Shorts und Tanktop. Oh Mann. Herrlicher Blödsinn. Ja, scheiße. Ja, und wie war dein Dreh? Erzähl doch mal. Super. Ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Ich bin ja immer beeindruckt, wie es halt so Drehs schaffen können. Dass du so zwei Stunden Lichtaufbau für eine Einstellung machst, das Licht am Ende immer noch nicht gut aussieht. Also es ist dann wirklich nur, ja, es ist halt so gleichmäßig hell. Herzlichen Glückwunsch. Da können wir noch eine Fahne setzen. Ja, wirklich. Ihr habt ja viel erreicht. Und dann hast du halt eine, also wo du doch als Kameramann eigentlich wissen solltest, wenn du eine Shotlist hast, die halt so und so viele Shots umfasst. Und wir fangen um acht an. Und um elf sind wir bereit für den ersten Shot von 30. Dass das nichts wird. Also, und dann, wo ich halt immer nicht verstehe, ja, ich verstehe ja schon, dass jedes Department möchte, dass halt sein Ding möglichst gut aussieht. Aber eigentlich müssten alle auch die Disziplin aufbringen, zu sagen, dass es halt nichts wird, wenn man nicht ansatzweise irgendwie das drehen will, was man drehen möchte. Also, wir haben halt nicht die Hälfte von dem geschafft, was eigentlich gemacht wird. Also nicht mal ansatzweise die Hälfte. Und wir haben vier Tage daran gedreht. Ich war nur ein Zweiner. Vier Tage. Vier Tage für einen Fünfminüter, ne? Werden überhaupt. Der wird am Ende keine fünf Minuten, weil einfach das Coverage fehlt. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also, es war halt schwierig zu sagen, weil im Drehbuch halt nur Aktionen beschrieben wird. Deswegen kannst du halt nicht diese, normal sagst du ja, eine Seite, eine Minute. Das waren halt so zehn Seiten, aber wenn es halt nur die ganze Zeit beschreibt, er steigt aus seinem Auto aus. Plötzlich sieht er wieder die Parkaufsicht. die Parkaufsicht. Das ist halt schwierig. Also, das nimmt halt relativ viel Platz ein. Dauert aber nicht lange. Aber ich denke so, ey, wenn du das halt in vier Tagen nicht schaffst, dann schaffst du es halt einfach nicht. Und es ist halt auch immer dieses, ja, aber im Film dauert halt lange, ja, wenn man nicht organisiert ist. Du hast gesagt, das sind keine Studenten und dennoch reich sind. Ja, genau dieses Studenten-Dreh-Ding. Aber es waren keine Studenten, hast du gesagt. Nee, aber halt genau die, genau dieses Ding. Also auch der Kameramann, der dreht halt sonst irgendwie die Social-Media-Spots für Ikea. Oder du denkst, der müsste es halt eigentlich besser wissen. Also, und du kannst halt einfach nicht. Das sind dann irgendwie alles Kumpels oder was, die gesagt haben, ey, lass mal sowas Lustiges machen. Und die haben das seit Monaten geplant. Und das kommt dabei raus. Was hatten die für ein Budget? Nicht viel, aber halt trotzdem ein ganzes Auto voller Licht. Ja, und wenn du halt sagst, ja, also, das ist halt wirklich, also, wo du halt am Set eigentlich merken musst, das geht so. Also, okay, uns läuft die Zeit aus, dann baue ich halt nicht eine Dolly-Schiene auf, um 50 Zentimeter Kamerabewegung zu haben. Ja. Zumal, also, wenn der Rest der Kampfszene aus der Hand ist und du dann da eine Dolly-Schiene aufbaust. Ja. Naja. 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 Und bei dir? Wie ist Deutschland? Wie ist die Lage der Nation nach der Thüringen-Wahl? Ja, super. Ja, nee, ich komme ja nicht weit. Ich breche ja immer irgendwo ab, weil entweder Unglücksfälle passieren, die ganz traurig sind, so wie am Freitag und dann der ICE sagt, das war's und das geht nicht weiter oder heute dann mal wieder eine Verspätung passiert ist und ich dann irgendwo in, ich glaube, wo habe ich... Ah, deswegen bist du so, ich hatte mich schon gewundert. Ich klebte dann irgendwie heute in, ich glaube, Kleblingen. In Nürnberg fest und dann ging es halt nicht weiter. Ich hätte auch schön weiterfahren können, aber dann gab es halt erst mal zehn, eine 30-Minuten-Verspätung und somit hat das so geklickert und dann guckst du natürlich nach, okay, wie wäre das denn, wenn ich 30 Minuten zu spät komme, und siehst du, ach geil, dann kriege ich das nicht und die nächste fährt dann erst dann und dann, ja, dann konnte ich schon wieder zurückfahren. Also, es war wieder so, es ist halt nur ein Zug drumrum, ne? Es war ein bisschen langweilig langsam. Langsam wird sie ja was schaffen. Naja, aber ich habe jetzt endlich einen Termin gekriegt für eine Magenspiegelung. Uh, aber natürlich nicht in Berlin. Sondern? In Nürnberg. In Wittenberge. Ja, ja, okay. Fährst du halt dann eine Stunde mal raus, so. Für? Welchen Tag? Was? Welchen Zeitraum? Ah, okay, gut. Na ja, gut. Ich muss morgen um, ja, ich habe halt die gleiche Situation erklärt, weil hier haben sie ja auch gesagt von irgendeinem, weil ich meinte, ist akut, ne? Ich habe hier so und so und dann, ja, meine bei den anderen nicht. Ja, ich denke nicht. So. Ja. Würde mich jetzt wundern, dass sie jetzt 50 Leute haben, die alle umgekippt sind. Wenn, dann ist hier gerade was echt komisches in Berlin. Ja. Ja, und dann, habe ich das erzählt? Oh, warten Sie, ja, dann gucke ich mal, ja, ja, ja. Gut, dann fahre ich morgen um 5 im Zug, aber, äh, aber dann hast du einen frühen Termin, ja, okay, ja. Endlich wissen, was da los ist. Ja. Also, ich meine, und du hast dann auch jetzt, du hast ja gerade eingestellt und nicht trainiert dann seit zwei Wochen. Ja. Das musste ja an die mentale Substanz gehen. Ja, du hast halt irgendwie keinen Ausgleich, gar nicht. Also, es ist halt, also es ist die gefährliche Mischung aus, ich kann nicht trainieren und ich kann nicht essen, was ich will. Also, also beides so große Sachen, die echt, die gehören ja auch noch zusammen. Aber ich meine, okay, ich habe jetzt ja nicht so einen krassen Ernährungsplan, aber das mal halt einfach mal, oh, und ich lasse mir jetzt immer gerne von Kumpels, auch von Timo und so, erzählen, was sie denn gefrühstückt haben oder zum Mittagessen, so, das lasse ich mir immer schicken. Ich dann denke so, oh, ich will, ich habe, heute hatte ich Zeit im Bahnhof, für mich ertappt, dass ich mich in Nürnberg an so einen, groß, und es war Arsch, groß und total schick und sauber, so ein großer, ich sage mal, so ein Döner, der halt auch Pizza verkauft. Und da saß ich nur und habe halt nur Tee getrunken, habe die Leute angeguckt, wie sich diese Mörderteller, also das Geile ist, Essen, der Gedanke daran, reduziert sich dann irgendwann nur noch auf die ganz harten Dinge, also nur noch so fett und also was du sonst auch selten isst, aber jetzt weißt du, du darfst es jetzt gar nicht essen, weil da wird es so umkippen. Und dann sehe ich halt dann, als hat sich ein Typ bei mir hingesetzt, hat so einen Döner-Teller gegessen, mit schön fett Zwiebeln drauf eine scharfe Soße und Pommes und so ein Alibi-Salat, der war halt so groß wie eine Babyhand. Und so gehäckselter Eisteig-Salat. Ja, genau. Und es war Rotkraut und Weißkraut, oder Kohl, aber ist ja egal. Aber ich habe das gesehen und dann riechst du das und denkst, ist das geil, ist das gut. Und dann besteht sich irgendwie wieder so eine Pizza und dann war das so ein bisschen wie bei Pizza, hat das so ein Stück, ein Dreieck ist dann halt einfach mal so lang wie so ein Unterarm oder so. Und dann zieht der der Fäden mit dem Käse und fängt da so ganz gemütlich, oh, ich drüber rede, ich gehe kaputt. Und dann denke ich halt auch, und wenn das natürlich wieder irgendwer weiß, was genau Sache ist und wie du das behandeln kannst und dann halt wie du das essen kannst, weißt du ja natürlich auch, dass du nicht sofort so einen Scheiß machen kannst. Sondern du musst dann halt so ganz langsam, da hast du vielleicht mal an, keine Ahnung, eine Kartoffel mit ein Stückchen Butter riechen oder so. Du musst dich langsam an die Pizza herantasten, indem du erst mal einen Eimer Farbe und ein Stück Butter isst. So. Oder wie beim ersten England-Austausch, da gab es irgendwie immer so bizarre Kombinationen wie Pizza und Kartoffeln. Hä? Potatoes. Ja, warum nicht? Und dann haben sie da einfach so eine große, große Salz, nee, Pellkartoffel auf die Pizza gelegt. Und du dachtest, das ist ein Gag, oder? Und dann machen die anderen das auch. Essen die Pizza und klatschen noch Mayo oder, nee, Mayo nicht, Ketchup auf die Kartoffel. Und dann gibt es halt quasi auf der Gabel ist dann immer ein Stück Pizza, ein Stück Kartoffel mit Ketchup. Und du dachtest, what? Das ist so wie, du machst halt den Kühlschrank auf und hältst die Pfanne vor und schiebst halt alles rein, was drin ist und machst es heiß. Kippst den Kühlschrank nur an. Ja, das ist reingefallen. Pizza und Kartoffeln und Ketchup. Ja, dann machen wir das. Oh, heute habe ich erfahren in der Kantine bei Festus Podelski, da gab es Puffer mit Apfelmus und er meint, ich weiß bis jetzt nicht, ob er es ernst meinte, weil Timo meinte auch, das ist ja ein Scherz, dass er halt, weil ich gesagt habe, kannst du herzhaft und süß essen. Und er meint, er isst das dann gerne mit Apfelmus und Ketchup. Da hast du beides. Gut, aber auf der anderen Seite, Ketchup ist ja auch nicht richtig herzhaft. Ja, aber ich meine, Alter, würdest du Puffer mit Apfelmus und Ketchup essen? Ich würde generell Puffer nicht mit Ketchup essen, aber deswegen sage ich ja. Also wenn herzhaft, dann mit Quark. Ja, aber dann, aber nicht nur, also dann muss ja schon geil gemacht sein, dass du vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, Frühlingszwiebeln reinschneidest, Knoblauch irgendwie ein bisschen Petersilieöl, irgendwie sogar. Scheiße, ey, stell die Frage, dann können wir weg hier. Ja, natürlich. Dirk, weißt du ja, wir wissen ja gestern, seit auch der Thüringen-Wahl, es ist die, die rechte Meinungsmehrheit in Deutschland wird unterdrückt von uns, der links-grün-versifften Medien-Elite. Ja, aber wir sind zu leise. Wir machen ja nichts anderes außer Stimmung dagegen, deswegen dachte ich, Mensch, auch die Leute müssen ja mal lachen, deswegen, wie entwickeln Dirk und Klaus eine konservative Comedy? Dirk ist gerade sichtbar, der Kopf geplatzt. So a la Mario Barth, oder was? Naja, so was, ist nicht die ganze RTL-Comedy, konservative Comedy? So was zum Beispiel, so Mario Barth oder Tooltime, Atze Schröder, weiß ich ja, davon habe ich zu wenig gesehen. Tooltime, also ich mochte Tooltime, also ich mochte Tooltime. Ja, die Show in der Show ist lustig, genau, aber der Rest, Home Improvement, das hören wir weiter, hammert, ist unerträgliches, aber auch, also von allem, genau diese, diese konservativen Grundwerte müssen wir da irgendwie reinwinken, so die christliche Kernfamilie, ja, ja, aus mehreren Gründen, wie man heute weiß, aber ja. Ja, aber ich meine, also es war so eine Moralscheiße immer, deswegen mochte ich glaube ich auch halt damals, auch wenn ich es noch nicht ganz verstanden habe, als Kind halt, schrecklich in der Familie, weil die halt einfach gegen alle, also das waren alles so, und es war halt auch, also der arme Arbeiter, der ausgebeutet wird vom System, von allen, die ganze Kernfamilie ist vollkommen dysfunktional und kaputt und jedes Mal, wenn jemand irgendwie glücklich und erfüllt und mit der Normfamilie in die Serie reinkommt, machen die Bandys ihn kaputt. Ja, ja, ich meine, die Nachbarfiguren sind ja auch mal sehr, eigentlich auch sehr gebrochen, obwohl die das so deckeln können, also Marcy Darcy und Steve, Steve Chapman, der einzige Unterschied ist ja, Steve Darcy und dann später Jefferson, der einzige Unterschied ist ja, dass die ökonomisch erfolgreich sind, aber total dysfunktional, also das ist ja alles, Marcy in der Bank arbeitet, aber furchtbar ist. Meinst du als Comedy eine Comedy-Serie oder so eine Stand-up-Comedy-Show? Nee, Serie oder Film würde ich sagen. Okay. Irgendwie würde ich an Serie denken. Okay, dann machen wir noch eine Serie. Aber ich meine, aber gibt es das nicht schon? Ja, aber wir müssen den Leuten das geben, die wollen das sehen, ansonsten fühlen die sich immer ausgebeutet von uns und unserer Meinungsmacherei. Dann würde ich erst mal anfangen mit, also die Idee hatte ich schon länger, aber nicht in diese Richtung. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Einfach eine Serie über einen Linienbusfahrer. Und da kannst du ja dann halt annehmen, dass der halt, aber, aber, es wird eine konservative Serie, es wird keine rechtskonservative Serie. Nein, es wird eine konservative Serie. Also, wir sprechen die CSU-CDU-Wähler an. Ja, aber das ist ja schon rechts. Ja, Ja, naja, aber so halt, ne? Deswegen, die Leute, genau die Leute, die immer sagen, nee, die Medien machen nichts für sie. Deswegen würde ich auch sagen, der fährt Linienbus in Bayern. Ja, aber er fährt nicht in der Hauptstadt. Nein, er fährt, das ist ja SPD, das geht ja nicht. Genau, den Linienbus durch die Dörfer. Hm, das ist gut. Eigentlich nicht, aber ja. Aber die, aber die Scheiße ist, ähm, obwohl, das hat dann schon wieder so ein, so ein Schloss am Wörthersee Charakter, weil, da sind ja teilweise Linienfahrten, echt, da fahren die über Post, das finde ich auch das Schlimme, die haben ja eine unheimlich schöne Landschaft teilweise. Ja. Äh, sofern man halt über, äh, sofern man so Bergzeuggedöns mag. Aber ich meine, was ist da sein Stress, wenn der halt irgendwo, also die, das, das Schlimme ist ja die, was heißt das Schlimme, aber das Klischee ist doch, dass die konservativen Bayern immer da, das lieben, wo sie auch herkommt und wo sie leben. Ja. Das heißt, der würde irgendwie, äh, ich kenne mich gar nicht aus, irgendwo bei, sagen wir mal bei Nürnberg, im Äußeren, also nicht in der Nähe, sondern, ich weiß gar nicht, wie Nürnberg geführt wird, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt Großstadt auch wäre, ja, würde ich jetzt, guckst du mal nach, sehr schön. Aber wenn der so Umland irgendwie weiter, weitestgehend da bei Nürnberg irgendwie fährt, ähm, dann, also die Hauptfigur, die lustig ist, die braucht ja auch irgendwie, die braucht ja irgendwie ein Problem, oder? Der findet doch alles geil, der fährt dann halt immer mit, ja, grüß Gott, Frau Brackenstädtl und so ein Zeug und dann, das Schlimme ist, wir müssten den unter, oh, obwohl, dann fühlen sie sich schon wieder, weil ich habe gerade gedacht, schön, den immer untertiteln, aber dann würde er sich ja von vornherein, beziehungsweise die, für die es ist von vornherein, wieder verletzt fühlen, als konservative, ja, also, ähm, ich suche, ich suche es gerade, ist echt schwierig zu finden, überraschend, ein weiterer Bürgermeister, neben dem Oberbürgermeister, ja, wer ist es denn? Machst du das Wikipedia oder was? Ich bin auf Nürnberg.de, aber da steht so, Oberbürgermeister Dr. Ulrich May. Oder parteilos. Bla, 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 ähm, Dr. Ulrich May, die SPD, ja. Ja. Nein, pass auf, das ist die, wenn er da in Nürnberg ist und das auch noch von der bösen SPD, also den linken Chaoten, regiert wird. Ja, okay, genau, dann ist ja, dann ist das der Gag. So, du musst ja diesen Schmerz, diesen, wer werden nicht gehört? Er muss mit seiner Familie nach Nürnberg ziehen. Und der kommt aus, aus, äh, Füstenfeldbruck? Boah, ja, der Bundeswehrhauptstadt Bayern. Ist das Bundeswehr? Ja, okay. Da ist die, ähm, einer der größten deutschen Stützpunkte in Füstenfeldbruck. Fürsti. 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 Ne, ich dachte nur an den guten alten Film, Mann spricht Deutsch von, äh, wie heißt er denn? Oh. Martin Scorsese. Da heißt es nämlich auch, da sind sie, äh, da fragt sie als Gag die ganze Zeit über die Postkartenadresse ab. Wie ist denn die, äh, äh, Postherzahl von Füstenfeldbruck? Ja, weiß nicht, irgendwas mit neun oder was. Ja, da schreibst du jetzt hin, ne? Okay. Und, ähm, daher kommen die. Sehr gut. Und müssen halt nach Nürnberg, weil er dann, äh, ja, arbeitet da. Also da ist, ähm, er hat eine neue Busroute, die von Nürnberg durch die schönen bayerischen Dörfer führt. Mhm. Ähm, ähm, aber sein Haupt, sein, der Standort, an dem er von dem aus erfahren muss, ist Nürnberg. Deswegen muss er da hinziehen mit der Familie. Ist das so ein Grandiker? Aus dem bayerischen Paradies weg. Er ist aber auch so ein, er ist so ein Motzki, oder? Ja. War Motzki nicht auch so eine deutsche? Also ich meine, Motzki war ja der Versuch, nochmal, äh, ähm, Eke Alfred aufleben zu lassen. Ja. Was ja ganz schlimm, also was, was gruselig war. Ja, weil so ein Grandler. Ja. Ja. Aber ich meine, das ist er auch. Ja, der hat, der hat aber in seinem, in seinem Bus hängt ein Bild von Horst Seehofer. Aus den Ministerpräsidententagen. Und, und er möchte immer, wenn er das Gefühl hat, es ist eine schräge Person, dass die einen Blick hoch zu Horst werfen. Mhm. Schauen Sie mal bitte zu hoch zu Horst, geh. Aber, schauen Sie mal in Horst. Können Sie sich bitte, schauen Sie uns einen Horst an. Und dann, äh, muss ich ihn küssen. Fass es ja nicht das Bild an. So was immer. Ja. Und da freuen die sich beim Zuschauen. Meine Güte. So grenzt die mir mit beiden Händen. Ah. Und das ist aber eine Comedy mit eingeblendeten Lachern. Ja. Ja. Schauen Sie hoch zum Horst. Hehehe. Fass es nicht das Bild an. Hehehe. Hehehe. Ja. Ja. Das macht ja auch jede Comedy lustig. Mal erst mal von der Big Bang Theory. Hab gesagt, einfach nur mal den Trailer von Young Sheldon gucken. Ja. Wo die Lacher fehlen. Dann weiß man, was Sache ist. Boah. Ähm. Gut. Der hat natürlich, äh, Frau, äh, zwei Kinder? Ja. Sohn, Tochter. Tja. Das war auch genau mein Bild. Äh, Sohn, etwas älter als die Tochter. Bei der, bei der, bei der, im Teenager-Altar. Ja. Der Sohn ist der, ich hätte es andersrum gesagt. Aber, ja. Weil ich hab mir gedacht, dass die, dass die, äh, dass die Kleine quasi das Prinzesschen sein kann. Mhm. Und, äh, und, äh, der Sohn ist der, der den, ich anführe, sag ich mal, den Hof übernimmt irgendwann. Deswegen, genau deswegen hätte ich ja gesagt, es wäre noch lustiger, wenn die Tochter eigentlich älter ist. Ja, also meinst du so, sowas mal modernes reinbringen? Nein, nein, aber trotzdem übernimmt der Sohn den Hof. Weil er der Mann ist. Ah, ja, ja. Ist jetzt schon klar. Und der Sohn ist sechs. Und die Tochter, die kommt immer ran, dass die halt so, Der Sohn ist sechs und so ein Genie und die Tochter ist die Rebellin. Aber die Tochter findet das gar nicht so schlecht wie ein Hof. so agrarwissenschaftliche neuste Standpunkte. Und der Vater, ja, geh du immer mit deinem Computer. Das macht der, genau. Das macht der Maximilian. Der ist ein Kind. Der heißt Maximilian. Wie heißt denn der Typ? Ach, was ist denn so ein bayerischer Name? Franz? Franz. Franz ist gut. Franz, wieder raus. Und irgendwas und mei, sowas wie Hugelmeier. Ja. Das ist der Franz Hugelmeier. Oder beziehungsweise ist es der Hugelmeier Franz. Dann heißt es unser Huggy. Unser Huggy. In Klammern, der Hugelmeier Franz fährt Bus. Der Hugelmeier Franz fährt Bus in Nürnberg, straff versetzt aus Fürstenfeldbruck. In Klammern, Fürsti. Das ist echt der Poin. Er schreibt sich von selbst. Ja. Seine Frau ist natürlich Hausfrau. Margarete. Margarete. Er sagt Gretel. Genau. Gretel, wenn er es liebt. Also wenn es schön gerade ist. Wenn sie schnackseln. Und Margarete, wenn es ernst ist. Margarete, hast du dir den Horst angeschaut? Und dann kann sie auch immer sagen, oh, jetzt ist es ernst. Ja, genau. Oder sie versucht, ihn zu beschichtigen, indem sie dann wieder sagt, Ugli. Wie heißt er nochmal? Hugi. Hugi. Oh, gehugi. Na, jetzt nie, mag nicht. Er mag nicht. Ja, genau. Die Tochter ist ein bisschen moderner und kriegt deswegen immer eins drauf. Aber am Ende jeder Folge sieht sie doch ein, dass die konservativen Werte eigentlich viel besser sind. Und das, dieses Ganze, sie hat zum Beispiel in Folge 3, hat sie so einen Skype-Freund von einer Universität in Übersee, mit dem sie immer chattet. Ja. Aber das stellt sich heraus, der ist halt doch eigentlich ein Schuft und ihre Familie wollte sie nur beschützen. Ja, ja, stimmt. Geh, hab ich dir doch gesagt. Ja, Papa, hast wohl recht. Ja, Kruzifix. Der Hugi hat immer recht. Der Vater sitzt an ihrem, an ihrem Bett abends immer noch und quatscht nochmal über den Tag. Da drüber, in so einem ekligen Holzgestell, da drüber steht halt der, das Kreuz und die Mutter schaut immer in so einem Dirndl oder irgendeinem komischen Schürzendirndl, steht in einem Tür, in der Türrahmen so und macht, hat irgendwie noch so einen Lappen oder so, macht da irgendwas sauber. Und dann sagt er, ja, okay, habt ihr gesagt, das ist nichts für dich und deswegen heiß mal auf den Papa das nächste Mal. Und er sagt, ja, der hat dann nicht mehr hier immer recht, der Hugi. Und er, ja, und dann gibt's so Umarmung, lachen und dann, genau. Und dann irgendwie so, was sind das für Instrumente, die da gespielt werden. Das Pennerklavier, die Harmonika. Die Harmonika, genau, und irgendwie diese komische Zitter. So, ja. und die haben so einen alten, fast halbtoten Dackel, der, der sitzt und steht in meiner falschen Position. Schorsch heißt er. Geh Schorsch hee! Das schreibt sie von allein. Und du hast immer so Stargäste wie, ach, wie hieß denn der, der adelige Schnösel, der seine Doktorarbeit kopiert hat. Ach, ähm, äh, Buch, Buch, der erste, äh, Der Verteidigungsminister, ähm, ehemaliger, von, fällt er mir nicht ein, naja, äh, aber halt irgendwelche ehemaligen CSU-Leute, oder, ach so, ich dachte jetzt, war das nicht ein FDPler, der, äh, da haben einige ihrer Doktorarbeit, und der war, das war so der erste große Skandal, ähm, naja, so, so gegelte Haare, so Typ Andreas Scheuer, nur noch schleimiger. Ja. Äh, oder so, ne, Scheuer, Gramsauer, wie sie alle heißen. Dann noch ein paar, äh, fesche Musiker, so wie der, ähm, äh, irgendwie ein Schlagerhorschi, die, die Flippers oder so, falls sie noch leben. Einfach nur das Bild schieben. Ich, äh, oder der, wie heißt denn der? Florian Silbereisen. Ja. Und der ist auch der Einzige, der, ähm, wo die Ansagen im Bus immer leiser sind als die Musik. Und man hört immer irgendwie ein Schlagerscheiße. Ist das jetzt hier, ja, lass uns mal die Flippers spielen, das ist ganz schön. Die Flippers. So was. Genau, dann ist, äh, auf der, dann fährt die Kamera auf die Rückbank, und das sind die Flippers, die fragen wollen, wo sie aussteigen können. Aber ist das nicht wieder schon zu, wie unser Murmur? Ähm, ich finde auch, für die Titelsequenz hätte ich gerne, dass die Familie setzt sich aufs Sofa, die ganze Familie, und jemand schlägt dann, oder wenn sie sich aufs Sofa setzen, ist die Erschütterung so groß, dass das Kruzifix an der Wand schief hängt, und dann rutscht es nochmal und hängt sich wieder gerade auf. Der platzt gerade eine Ader im Kopf. Das ist ja richtig. Ja, ja, das stimmt. Und das Bild wird zum Schluss verdeckt, äh, ach nee, das müsste ja vom Boden sein. Sonst hätte ich gesagt, dass die Kamera vom Boden, also auf dem Boden quasi ist, und die hochfilmt, also dass man halt, ähm, Sofa, Boden, Sofa, die Sitzenden, und oben das Kreuz sieht, dass es nicht halt ebenerdig von unten hoch geht, ähm, weil dann könnte zum Schluss der Schorsch das Bild verdecken. Und dann hört man doch, geh Schorschi! Und das ist der Abschluss vom Vorspann. Ah, der Dacke, aber der kann ja auch irgendwie auf einen Stuhl oder so vor der Kamera springen. Ja, ich dachte, der wäre so scheintot, dass er sich nicht mehr so richtig, aber klar, kann er machen. Ja, also, oder geht halt irgendwie so ins Bild. Wollen die aller Alf so einfach nur ein Foto machen? Mit Selbstauslöser? Irgendwie sowas, hätte ich gesagt, ja. Ja. Er stimmt, das bei Alfers ist ja. 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 Aber dann kann der Hund ja auch einfach nur, dann kann das Ding ja umkippen. Mhm. Und dann können ja, oh, Schorschi! Die Kamera kippt um, dann, wenn sie das Foto macht, hält der Schorschi den Kopf rein. So. Ja. Sehr gut. Meine Güte, hier wird es schon fast gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, also ein bisschen wird es mich schon interessieren, weil die halt so schön dumm ist. Ja. Ähm, ja, was ist denn da? Ingwer. Ah! Ah! Okay, das ist das, eines der wenigen Sachen, wo ich jetzt nicht, echt, ich habe mal gebrochen, als ich es gegessen habe. Okay, ich reagiere ein bisschen ungeil auf Ingwer. Das ist ganz geil. Ach, komm. Okay, ähm, meine, mein Vorschlag wäre auch, der, oh, Hugie hat einen homosexuellen Kollegen, der so richtig Klischee-Schwuler ist. Ah, ja, ja, okay. Und der immer so der Punching-Gag von so unter der Gürtellinie Witzen ist. Ja. Der ist halt auch, äh, wenn der zum Beispiel, wenn die Fahrer Wechsel machen, dann kommt er immer mit diesem Stoffüberzug für die Lenkräder, die es in den 90ern gab. Da gab es immer diese, diese, äh, was ist das, äh, Schafsfelldinger. Ja. Und er hat so einen rosa Schafsfelldinger. Da, oh, machst du mit der, der Puschliere auf. Und, ja, das finde ich total du, also voll übertrieben. Sag mal, jetzt wo ihr heiraten dürft, wir trägt das Brautkleid. Und da sagt er, ja, beide. Das ist so alle komplett so eine Bulli, so eine Bulli-Komödie dann, also ein bisschen. genau, das ist mal, ja. Ja. Und, und er ist auch immer der, der in der Pause Müsli isst und so, also sein Kollege, weil er schwul ist. Oh ja, während er ein Leberkäsebrot isst. Genau. Er hat immer so ein, oder ein Heßschneebrü oder sowas. Ja. Heßschneebrü Donnerstag oder so. Oder ich weiß nicht, ob man Heßschneebrü sagt überhaupt in Bayern. Oder Fleischpflanzer. Das ist ja die, die Frikadelle. Aha. Fleischpflanzer. Das ist gut für die Brotzeit. Ja. Manchmal kann man ja vielleicht auch Fleischpflanzer nehmen und die mit zwei, mit so einem, mit so einem Schnitzel umklammern. Dass man so ein, äh, es heißt dann, äh, Fürstenfeldbrucker Cordon Bleu oder so. Ja, ja. Das ist, glaube ich, zu kompliziert. Da kann man ja auch mal so Specials irgendwie zur Wiesn. Ja. Ich glaube, da ist es, glaube ich, wenn so richtig, richtig fett, vollgesoffene Typen in irgendwie so Lederhosen reingehen, die voll Hacke sind, Moss, die findet der mal ganz toll und nett. Da ist gar nichts. Und wenn dahinter dann jetzt, äh, weiß nicht, irgendwie, äh, innen da reinkommt, der gerade mit so seinem Rucksack und ist halt gerade so Computer-Nerd-Mission unterwegs, den kontrolliert er richtig. Der ist ja ganz, der ist ja Spion. So was. Naja. Ja, 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 ja. So die Richtung. Ich dachte auch gerade, das muss immer so, äh, Kommentare geben. Ja, der Hugy, der hält so einen Zeitplan ein, weil es gibt kein Tempolimit auf der deutschen Autobahn. Wie, was? Der Hugy, der hält seinen Zeitplan ein, weil es kein Tempolimit gibt auf der deutschen Autobahn. Ja, ich hab, naja, wir müssen halt ordentlich Propaganda für die CSU-Punkte machen. Ja, aber der fährt auch in Nürnberg-Stadt rum, oder was? Ja, aber ich dachte, er fährt auch über die Dörfer, dass er immer den Kontrast hat. Ach, ich dachte, das darf er nicht. Nee, von Nürnberg aus immer über die Dörfer, aber er muss immer von Nürnberg aus starten. Ah, okay. Stehe. Deswegen hat er aber auch die schönen Dörfer immer drin. Ah, okay, deswegen, ah, okay, das ist halt auch schön fürs Bild, dass dann halt die Mutti einmal so, oh. Wiehst du die bayerischen Landschaften? Hast du ja dann auch so eine übertrieben langen Schnittbilder. na klar. Du hörst immer so ein ewiger Establishing-Shot. Genau, und du hörst so ihn und seine Musik, das ist halt wirklich so wie die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Genau. Und dann ist so ein mörderlanger Schwenk, bis du dann ihn siehst, und dann halt nur so ein bisschen tippt und sowas, und dann heißt es immer, das sind feiner, das sind lieber. Und dann wird er leider immer aus dem Schönen unterbrochen mit halt irgendwelchen bösen Menschen. So, also die Oma sonst was fragt nicht, sondern da fragt dann halt, keine Ahnung, der Schichtarbeiter aus Rumänien oder sowas, der aber auch übelst Dialekt spricht, und dann wird er denken, ja, haben wir schon jetzt leider Verzug, komm ich da ins Spiel, oh, und dann gerade die Flipper, ich sehe es gerade hier, hier kommt gleich der Refrain, und sie sprechen da rein, sowas. Er spricht auch mit denen natürlich besonders laut und langsam. Hören Sie mir zu, ich spreche Hochdeutsch jetzt mit ihnen, sowas. Das ist ja auch meist, dass die Beine oder sonst was, wenn es dann versucht jetzt irgendwie, jetzt spreche ich deutlich mit dir, wird es einfach nur laut, aber laut im vollen Dialekt. Du denkst, das hilft jetzt nicht viel, aber gut. Ja, aber also haben wir jetzt immer nur so allgemein, was da so drin passiert, oder konzipieren wir jetzt auch einfach mal eine Folge, oder beziehungsweise die Entwicklung, dass wir wissen, wie ist denn, was ist denn jetzt so der Hauptstrang, des Ganzen, und dann der Kleine in den Folgen. Oder das ist immer unabhängig, also kannst du... Ich würde schon sagen, also im typisch deutschen Stile sollte es halt schon jede Folge abgeschlossen sein. Also wie so eine ganz klassische Sitcom. die Konservativen bauen immer aufeinander auf, dass es ein geschlossenes Ding ist, sie sagen, wir brauchen diesen Pfad. Weiß ich gar nicht, also die ganzen... Oder wäre das nicht mal was Neues, dass du eine Comedy hast, die einfach du immer sehen musst, weil du sonst nicht schnallst? Ich glaube, mein Problem damit ist, das gerade zusammenzubekommen ist, dass die ganzen alten konservativen Comedys und Sitcoms, die sind halt schon alten, da war es halt noch so von Episode zu Episode gedacht. Ja. Und alle, die halt so einen längeren Aufbau haben, sind halt eigentlich eher so progressive Sachen. Aber warum sollten wir nicht beides zusammenbringen, ja. Okay, was wäre denn so der Bogen für die erste Staffel? Naja, also... Oder so ein typischer Staffelbogen. Also ich glaube, weil es sollte trotzdem in jeder Folge, sollte es halt ganz klassisch, jede Folge hat eine Moral. Wie die Cosby Show auch. Okay. Also eine konservative Moral. Ja, was haben wir in dieser Folge gelernt? Ja, wir haben gelernt, der Elektrobus, der bleibt stehen und die Energie für den Elektrobus, die wird auch schmutzig hergestellt. So. Daher bleiben wir bei uns am Diesel. Ja. Das Sauberste, was wir haben. Ja. Ja. Und, äh, weiß nicht, vielleicht hat irgendwie so, ähm, äh, da hat jemand irgendwie so einen anaphylaktischen Schock oder sonst was im Zug oder im Bus. Ja. Und der ist Student, der auch, äh, der kein Fleisch isst. Mhm. Und da wird eine Parallele hergestellt. Ja. Ja, das finde ich gut, so unbewusste Parallele. Also es wird gar nicht thematisiert, aber das ist dann, er wird als der Vegetarier vorgeführt und dann hat er den anaphylaktischen Schock. Das ist eigentlich ein lieber Bursch, aber der wird nie mal Fleischpflanzel beißen. Nur, nur weil der Hugie so schnell über die Autobahn fahren kann, kommt er rechtzeitig im Krankenhaus an. So, das hättest du mit der Elektrobus niemals geschafft. Ja. Ja. Oder hier 130. Ja. Das ist wie es genau den Shot aufs, äh, auf den Tacho. Ja. Und wie der Zeiger über die 130 springt. So ein bisschen Speed. Ja. Ähm. Ja, und sowas, was dachte ich denn noch gerade? Ähm, also so Familienwerte müssen halt immer drin vorkommen. Ich glaube, also, ich glaube, der ist so, der, der hilft. Also, er regt sich mal auf über Frau und alles, so bla, bla, bla. Aber wenn die sagt, mach mal das bitte, dann wird er einfach, nein, 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 du, bla, bla, bla. Und dann zum Schluss macht er es. Ich, genau, da dachte ich auch gerade dran. Ähm, also ja, auf jeden Fall sowas. Die haben eine Haushälfte, oder? Hm? Haben die eine Haushälfte, ein ganzes Haus? Haushälfte, ne? Haushälfte, ja. Ja. Und der hat so einen kleinen Schuppen, wo er immer ein bisschen, der macht so Schnitzearbeiten. So, das finde ich auch gut, so ein, so ein verqueres Hobby. Ja. Ähm. Und der kann sich nicht entschuldigen, sondern schnitzt dann seiner Frau einen Schorschi aus Holz. Ich, ich dachte ja auch gerade daran, in so Serien, in so Sitcoms ist ja der Boss auf der Böse. Ja. Aber so klassisch konservativ müsste der Chef ja eigentlich der Gute sein, weil der Chef ist der Unternehmer, der halt so viel Freiheit hat in Deutschland, dass er seine Angestellten fair behandeln kann. Mhm. Also halt auch diese ganzen FDP, CDU, AfD, Wirtschaftspunkte. Ja. Wenn denen nur die Steuern erlässt, dann machen die alles gut und richtig und dann kommt auch bei den Busfahrern was an. Ähm, Also dass du halt, du hast so einen großzügigen Unternehmertypen, der da dieses private Busunternehmen leitet, ja, der dann auch immer, der stellt sich dann im Zweifelsfall ist der immer auf Hugis Seite. Mhm. Und begibt ihm immer die Gehaltserhöhung. Mhm. Ja, und wenn mal was nicht klappt, dann ist das irgendwie, ja, das wird hier wieder zu stark reguliert. Ja, genau. Ja. Ja, so ein bisschen, die wollen uns die Rechte wegnehmen und, äh, jetzt darf man hier noch nicht Ja, die sind hier wieder die Jungs von den grünen Kmäher. Ja. Ja, irgendwann sitzt mal so ein, also der ist auch nicht ganz böse, aber ist halt so ein, so ein Stadtpolizist oder sowas auf den Dörfern, der kommt ab und zu rein und sieht, wie er bei der Brotzeit so ein übelst krasses Messer rausholt, um sich da halt irgendwie Fleisch abzuledern oder sowas. Ja. Und dann erklärt er ihm, dass das halt eigentlich nicht darf, so. Also, dass da halt bis, keine Ahnung, 15 Zentimeter stehe in der Klinge oder sowas und der hat da halt eine Machete, sowas. Ja, jetzt wollen sie uns schon hier, äh, das Besteck wegnehmen. Ja. Und dann meint er, das ist halt, äh, eine Waffe, was du hast. Ja, ja, und dann sagst du mal, pass auf, du. Und deutet halt immer, so als Waffe und einfach, wenn ich dich nicht so mögen würde, dann ist es dann. Danke. Und dann beruhigt er sich mal mit dem Blick zum Horst. Zum Horst, ja. Ohne dich wäre ich schon wie akrantig geworden. Das muss auch so ein richtig, so ein altes Horst-Seehofer-Foto sein, wo er noch der Ministerpräsident war. Die Sache ist aber, es muss auch das Kreuz im Bus hängen. Stimmt. Und das Kreuz dürfte eigentlich nicht unter Horst hängen. Das finde ich schwierig, glaube ich. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht machen wir es einfach symbolisch, dass die nebeneinander hängen. Das, das, das hatte ich auch gesagt. Und eigentlich müsste dann irgendwann kommt so ein, so ein Nürnberger, Nürnberger Sozialist von der SPD rein und sagt, so, sie wissen es schon, äh, dass hier offiziell das Kruzifix nicht hängen darf im Bus, weil das ist der öffentliche Raum. Dann sagt der, 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 der Hugie, ja, sie wissen es schon, dass sie offiziell laufen können. Und das Kreuz und der Horst hängen rechts und links neben diesem Emblem Wagen hält. Ja. Das hat alle ihm hinschauen müssen. Er weiß, wenn jemand drückt und will die Bestätigung gucken, guckt er automatisch zum Horst oder zum lieben Gott. Was auch was, wo ist der Unterschied? Ja, also, kommt mir relativ gut vor. Jetzt schon. Ich habe gerade gedacht, wenn es irgendwas, ich weiß nicht was, aber wenn irgendwas Schwieriges passiert, dann müsste er dann auch anhalten, also die Fahrt unterbrechen, am besten so in der Stadt, weil da passiert irgendwas Schwieriges, auf dem Land passiert nie was Schlimmes. und dann sagt er was, Entschuldigung, meine Damen und Herren, aber ich muss jetzt gerade beten oder so. Keine Ahnung, dass er halt sich, dass er sich runterfährt, was das gerade war. Und das finden die halt super. Also dann siehst du halt von wegen den Konservativen, den gerade voll besoffenen, die alte Oma, weil dann das alle beten. Bloß halt der Schichtarbeiter aus Rumänien denkt, ach, jetzt komme ich auch zu spät, wenn du jetzt anfängst, hier zu beten. Ja, ja, ihr, musst ja immer mit euren, so. Legt mir ja auch keinen Teppich rein. So was. Ja. Er hat seinen Bus selber angemalt, blau-weiß. Ja, ja. Der hatte so Linienfarben und dann hat er gesagt, nee, das nicht. So ein bisschen wie bei Operation Petticoat. Oh, meine Güte. Ja. Aber ich habe immer, wir haben immer noch gar nicht überhaupt irgendwie so den groben Strang, außer dass er halt aus Fürstenfeldbruck versetzt wurde oder strafversetzt nicht. Er ist ja lieber. Nee, er ist versetzt worden. Und das Unternehmen ist umgezogen. Ja. Mit mir kann man es ja machen. Gibt es ihn nur, also privat im Rahmen von vor der Arbeit, nach der Arbeit oder gibt es auch so wie Wochenende zur Familie nach Fürstenfeldbruck Ich glaube schon, das sind aber so die Spezialfolgen, Staffelfinale oder so. Weihnachten, Urlaub oder so. Ja, oder Urlaub. An Chiemsee oder bist du halt sonst noch Weihnachten. Weihnachten müsste, glaube ich, im Bus passieren, also wieder so eine Busfolge sein, weil dann gibt es wieder, da hat er irgendwas gemacht. Ach, Weihnachten muss er arbeiten, aber seine Familie will bei ihm sein, also fahren sie die ganze Zeit im Bus mit ihm mit. So. Und da ist so eine ganz arme Frau schwanger. Ja. Ja. Perfekt. Perfekt. Und zum Schluss entsteht so eine Geburt. Die findet aber in ganz Nürnberg kein Zimmer mehr, weil alles ausgebucht ist von irgendwelchen Christkind, Christmarkt-Touristen. Und irgendwie so ein komischer Arzt, der Not, wie heißt das? Notdienst. Notdienst hat, also da im Krankenhaus, fährt gerade mit diesem Bus und zum Schluss entsteht durch Licht und blablabla so ein Bild. Vorne steht auch ein Hund, der dann halt irgendwie eine Ziege Ja. Und damit sie nicht wissen, wo es hinlegen sollen, weil halt die ganzen Sitze und haben sie halt dann irgendwie, weil eine halt ihr, die hat so Stroh für einen Hamster. Ja. Und die legen das ganze Stroh aus und der Hugie legt seine Jacke dahin. Ja. Und in die Jacke vom Hugie kommt der Heiland. Und dann überlegen sie, wie sie dieses heilige Kind, das am Weihnachtstag geboren wurde, nennen sollen. Und der Hugie sagt, ja Horst. Ja, Horst oder Franz Josef, was anderes kommt da nie in Frage. Und da ist dann kein Lacher, sondern da werden dann so eine, so eine schwer schnitzigen Streichereigungen. Genau. Ja. Und man sieht, durch irgendwie so einen Bruch über so eine, keine Ahnung, über irgendwie so einen Spiegel oder über so eine große Armbanduhr, fällt dann von der Straßenlaterne plötzlich Licht auf den Horst. Mhm. Hei, hei, hei. Aber ist schon, ich glaube, an den Bayerischen Rundfunk könnten wir das in der Form schon verkaufen. Das ist der Pitch. Das ist hier so eine lange 40, 40 Minuten Pitch. Und die sind die ganze Zeit nur am applaudieren. Und Text können sie schon von den einen oder anderen fertig geschriebenen in Serie nehmen. Da fügen sie nur neue Namen ein und dann wir haben die Musik schon. Das wird so wie dieser alten Cop mit, was ist Christian Tramilz? Ah ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie die Serie wirklich heißt. Ja, aber ich wusste erst nicht, was du... Ja, stimmt. Hubert und Staller. Ja. Ich glaube, jetzt heißt es Hubert ohne Staller, weil da einer ausgestiegen ist. Ja. Ja, wenn die einer aussteigen, dann heißt es auch Klaus ohne Dirk oder Dirk ohne Klaus. Aber die Sendung läuft weiter. Ja, aber es kommt mir schon recht rund vor. Was ist denn sein Ziel? Ja, was ist denn sein Ziel? Zurück nach Fürstenfeldbruck. Bis er bis zum Schluss erkennt, beziehungsweise alles erkennt. Fürstenfeldbruck war immer in ihm. Ja, also heimatmäßig schon, aber er macht Nürnberg besser. Aha. Deswegen kann er nicht gehen. Ja. Und das kommt dann so raus, so von wegen... Genau die armen Stadtmenschen, die brauchen nämlich sowas. Genau. Ja. Er bringt den konservativen Geist Bayerns in diese SPD-versiffte Stadt. Ja. Und er heilt sie dadurch. Immer mehr Ugi-Einsätze. Nach dem Unfall, als hier der arme Student den Schock hat, sieht er ihn dann irgendwann später und dann besucht er ihn, hat er auch wieder Fleischpflanzer und sowas und dann isst er die und sagt, ja, ja, ihr weißt, du willst ja nicht. Und dann guckt der Student und meint, ich kann ja mal probieren. Genau, probieren kann man es ja mal. Und dann bricht er ihm bis, er bricht das Brot und verteilt es unter den Armen. Und das ist dann so das Ende, dass man so ein bisschen weiter weg, im Schatten steht er dann im Krankenzimmer und es sieht so aus, als ob der Junge durch das fettige Fleisch jetzt langsam wieder gesund wird. Ja. Die Farbe wird anders, er lächelt, sowas. Also er heilt die Menschen dadurch. Oh, super. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Ende von der ersten Staffel, dass er alles daran setzt, zurückzugehen und dann irgendwie dröselt in der Folge alles ein. Dass halt alle, alle auf ihn zukommen, alle Leute, mit denen er immer gekommen ist, der Student, blablabla, von wegen, nein, kannst du ja nicht, ohne dich wäre ich nie drauf gekommen, wie gefährlich, wie veganes, vegane Ernährung ist. wird ihm wieder gezeigt, inzwischen schon zum stottlichen Burm herangewachsen. Er will Arzt werden. Ja, irgendein verlotterer Fußballspieler, der eigentlich für den 1. FC Nürnberg auflaufen wollte, aber dann doch zu 1860 München gewechselt ist. So. Ja. So Bastian Schweinsteiger, könnte man auch super als Stargast haben in einer Folge. Ja. So, so Leute, die ganzen Ex-Fußballspieler. Ja, der Kaiser Franz. Ja. Ja, ja sicher doch. Und da hast du, der, 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 der Bus startet nicht, Kaiser Franz schießt, äh, den Ball gegen den Motor und dann startet der Bus wieder. Aber er ist, Franz, du, Kaiser, sie fahren, sie fahren Bus. Okay, wenn du, wenn du im Steuer bist, dann fahre ich Bus. Ja. Ja, ist aber für mich eine sehr runde Serie. Und dann, und dann macht, dann sagt er, ja ist der heute schon Weihnachten, sagt dann der Ogi. Oder sagt er, das ist ja für mich wie Weihnachten. Das ist so ein bisschen abgerundet, dass er nicht den Claim hundertprozentig kopiert. Ja. Wir haben nicht eine Folge, aber dieses, ich, also, die Folgen sind, aber das, das Grundgerüst, das ist fast schon zu gut für sowas. Ja. Aber, äh, ja, finde ich gut. Also wir haben alles drin, Kernfamilie, lustigen Schwulen, ja, äh, die ganzen Anspielungen auf Seehofer und die anderen, wir haben Stargäste, äh, Landschaften, Veganer, die Fleisch essen, ja, ja, die Geburt des neuen Christkindes, des jungen Horst. Genau. Wahnsinn. Würde ich auch sagen, ja. Die Bombe. Freundet er sich mit einem türkischen Kollegen an, der urbayerisch spricht. Ja. Ja. Und, ähm, und im Gegensatz, genau, und er fängt an mit irgendwie, dass er eher so türkische, äh, Kultur nahe bringen will, nur mit, nur mit Essen. Es ist ja immer von wegen, ja, der denn Kultur, die schmeckt mir nicht. Ja. so, und, äh, und, ähm, ja, da müsste was anderes entstehen als, oder vielleicht auch so wie der Student, dass er dann zum Schluss sagt, wo nicht, habt ihr schon recht, ich hab jetzt mal Haxen mit der Oliven gegessen. Die ist auch gut. Ja, aber ist so blöd, ne? Ich weiß nicht, ob es nicht wieder zu progressiv dann wird. Okay. Wenn wir noch, äh, noch einen nicht-bayerisch-Stämmigen reinbringen, in die Hauptcast. Noch einen? Wieso ist es noch... Ne, ich meine, wir haben ja schon den rumänischen Gast arbeitet, der öfter mal. Ach so, okay. Bus fährt, und dann, also wenn du halt jemanden in der Hauptcast hast, dann, ich weiß nicht, ob es dann nicht zu progressiv wird. Aber dann muss der rumänische Gastarbeiter sich positiv entwickeln. Ja. Der trägt zum Schluss... Der wird immer bayerischer. Der trägt Lederhose. Ja. Ja, und du trägst nur was Unständiges. Ja. Genau, und dann, wenn das erstmal Lederhose trägt, dann ist Hugi ganz verwundert. Mhm. Er sagt, ja, hast, hast, was ist heute ein besonderer Tag? Und dann sagt, nee, ich fahre wieder zur Schicht, aber du hast mir gesagt, ich kann auch an normalen Tagen gut aussehen. Ja. Danke. Und dann nickt er nur, dann gibt es halt so, er ist fast in Tränen und die Lippen so zusammengepresst. und dann ist die Kamera von oben, man sieht den Bus so langsam wegfahren und wunderschöne bayerische Natur. Ja. Der Hugi. Ja, wir sind auch jetzt bei einer Stunde. Ja, dann. Ich würde sagen, ne, der, unser Hugi. Oder vielleicht heißt es lieber unser Hugi? Unser Hugi, ja. Als Hugi der Busfahrer, weil ich glaube, unser Hugi ist, glaube ich, ja, da haben wir eine starke Comedy entwickelt, die endlich, endlich mal zeigt, wie das Leben in Deutschland wirklich ist. Würde es dich stören, wenn das irgendwer hört und umsetzt? Wenn er uns kein Geld gibt, ja. Ja, das wäre doof. Ja, also wir Timestamp, heute ist der 28. Oktober, es ist 19.03 Uhr, diese Idee wurde von Dirk und Klaus entwickelt. Ach ja, und wir müssen uns entschuldigen, wir haben wieder verpasst, weil gestern war. Ja, es ist ja noch Montag, wenn es online geht. Nicht? Gestern war Montag. Heute ist Montag. Achso. Dirk darf nicht viel essen, aber seinen Kalender hat er gegessen. Meine linke Hörne, das ist auch so komisch. Passt dich gerade ans Gehirn, als ob es taub wäre. Ans Gehirn. Ja, Schredder. Das war eine Folge für Nüsse. Ja, das war eine Folge für Nüsse. Achso, Quatsch. Fürnüsse.gmail.com Oder für Nüsse mit Dirk und Klaus auf Podcast-Apps außer Spotify, weil wir keine Mails bekommen von denen. Oder? Du hast gesagt, wir werden nicht angemeldet. Ja, weil wir die Mails bekommen. Ich bekomme die Bestätigungs-Mail nicht. Das ist, ich weiß nicht, von welcher E-Mail hast du die angemeldet? Ja, mit der, bei der ich bei WordPress registriert bin. Das müsste meine normale Gmail-Adresse sein. Achso, ich dachte, du bist mit für Nüsse mit Dirk. Nee, aber die, hast du gerade gesagt, oder für Nüsse-Pod auf Twitter oder für Nüsse-Pod.com oder für Nüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Oder ihr ruft uns persönlich an unter 0157 oder ihr ruft uns persönlich an. Vielen Dank.